Angekommen! Angekommen! Imani, wir müssen erstmal die Taschen nehmen. Kannst du mir helfen? Nein. Das ist ja riesig. Komm schnell, die Flamingos warten auf dich. Ey, was hast du eigentlich für coole Schuhe an? Wer hat dir die gekauft? Baba. Ich habe nichts mit diesen Schuhen zu tun. No, no, no! Imani, wir müssen kurz warten. Weißt du, da gibt es so viel Wasser und man kann da so viel schwimmen. Und weißt du, was wir heute hier machen? Wir schlafen heute hier. Oh, no! Jetzt müssen wir erstmal wissen, wo wir hin müssen. Wo lang? Imani hat den Plan. Imani, wo lang? Wir sind hier beim Heißluftballon. okay!